Mein Name ist Thomas Aschi, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zug und Fraktionspräsident der Schweizerischen Volkspartei. In den letzten paar Monaten ist die Arbeitslosigkeit rapide angestiegen. Wir rechnen mit bis zu 7% Arbeitslosen in der Schweiz. Fast 2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer mussten sich für kurze Arbeit anmelden. Das heisst, es hat zu wenig Arbeit für die Schweizerinnen und Schweizer. Und in dieser Situation sind jetzt schon 20'000 Leute aus der Europäischen Union in die Schweiz eingewandert. Das ist einfach zu viel. Wir brauchen wieder eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung. Darum stimmen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Als 145 Millionen für die Schweiz, die sich aus der Schweiz befinden. Ja zur Begrenzungsinitiative. Ja. Ja zur Begrenzungsinitiative. Ja.